Musik Eines der Zukunftsthemen der Industrie ist individualisierte Massenfertigung. Die Idee? Der Kunde bestellt ein Produkt über das Internet und konfiguriert es nach seinen Wünschen. Hergestellt wird dieses Produkt dann, mit weiteren anderen Bestellungen, auf einer Produktionslinie. Das ist keine Zukunftsmusik. Schon heute gibt es Anlagen, die das können. Zum Beispiel die Verpackungsmaschine von Optima. 18 verschiedene Produktvarianten laufen hier gleichzeitig vom Band. Damit das möglich wird, ist die Maschine modular aufgebaut. Abfüllung, Verpackung, Etikettierung. Für den individuellen und flexiblen Transport der vielen verschiedenen Produktformen kommt das Multi-Carrier-System zum Einsatz. Ein System, das sich den Produkten anpasst und nicht umgekehrt. Die Geschwindigkeit jedes einzelnen Carriers lässt sich individuell zum Bearbeitungsprozess steuern. Mit dem Multi-Carrier-System ergibt sich der Vorteil, dass Wartezeiten und Pufferzonen zwischen den Maschinenmodulen entfallen können. Damit das reibungslos funktioniert, werden alle Prozesse am Computer simuliert. Mit Hilfe eines digitalen Zwillings, dem Digital Twin, kann die Maschine bereits vor der Inbetriebnahme am Computer getestet werden. Entwicklungszeiten werden deutlich reduziert. Für die Produktion ergeben sich die Vorteile der höheren Flexibilität, kürzere Umrüstzeiten und geringere Kosten. Die Verpackungsmaschine von Optima arbeitet fast ausschließlich mit Siemens-Komponenten. Diese ermöglichen einen durchgängigen Prozess vom digitalen Design der Maschine bis zur realen Produktion. So wird die Produktion der Zukunft schon heute Wirklichkeit.